ok leute wir suchen immer noch die zwei fenster den raum in den zwei fenstern ja da war der Code, oder? ok hier war das Tor ok 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 hier waren ja noch ein paar Türen ne? ziemlich wahnsinn oh ich hab nur eine? ist das weil ich neu wieder eingestiegen bin? so ne? was? die Tür ist lockt die ist nicht das ist aber alles neu da, weil ich neu eingestiegen bin? da müssen wir in die anderen Räume glaube ich zu dieser anderen Salzsperre da und hier waren wir ja schon ne? ah hier gibt's Salz brauche ich noch Salz? ne habe ich nicht gut da wissen wir ja theoretisch wohin jetzt randert den wieder gut wir müssen in die anderen ähm zu anderen Ordentlichkeiten war hier nicht? ne hier war es nicht war hinten ne? oder? ich blicke nicht durch oh shit das ist nicht gut ne hier war es auch nicht oder? doch mal hier doch mal hier ich blicke nicht mehr durch Leute hier war es nur Salz und man stirbt ist wie ein neues Salz da ne? von Tag Neuer Tag nur bloß Glück ich weiß nicht wo ich bin ne? Wir müssen auf jeden Fall in die andere Räumlichkeiten. Wir suchen die Tür. Den Raum mit den zwei Fenstern. Ich weiß nicht, ob das der mit der Waffe ist. Der da? Oder sehr, ne? Oder der da hinten? Hier hätten wir Salz hier. Das ist voll geil, aber alles, wie gesagt, neu spawnt, wenn man speichert oder ausmacht. Aber ich muss ja irgendwo jetzt irgendwie diese Tür sein, ne? Das ist voll geil, ne? Top. Gucken wir mal hier lang. Oh, ne Kerze. Ne zig Kerzen noch, ja. Gut, wo ist die Tür? Okay, war nix. Dann muss die in der anderen links gewesen sein. Oh, voll Klavier, okay. Was war denn hier drin? Ach gut, den hab ich noch gar nicht gesehen. Den hab ich noch gar nicht gesehen, ja? Okay. Also, die sind hier hergekommen? Ja, die sind hier hergekommen. Dann geradeaus. Ah, genau, hier her. Muss es daher sein oder daher? Kerzen gibt's auf jeden Fall genug. Schon mal gut. Nee, die haben wir auch noch nicht. Schlafzimmer. Ja, wir haben aber letztes Mal schon drin gewesen. Die Maske müssten wir noch haben. Ja, die haben wir. Salz ist hier auch noch mal. Jesus! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nee, die haben wir nicht gesucht, ne? Muss ja noch eine Tür da sein irgendwo. Nur nicht warm. Okay, wir müssen hier wieder raus. Boah, ich blick ja nicht mehr durch. Da müssen wir hier rechts, wenn wir ruhig diese Salzsperre gehen, müssen wir rechts. Da müssen wir auf jeden Fall rechts gleich, da war auch die andere Tür, ne? Geh mal dran. Schon wieder. Haben wir schon. Oh, die kommt, glaube ich. Wir müssen jetzt rechts runter. Ich hoffe, das ist richtig. Ups. Salz. Und heute dann hier vorbei. Shit, 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 shit. Da müssen wir hier lange, ja. Wir anzünden die Kerze wieder. Hier müsste es eigentlich richtig sein. Das hoffe ich zumindest. Salz mitnehmen hier. Kerze ist gleich alle. Ja, noch ein bisschen. Ja. Ja. Ich denke, wir sind hier richtig jetzt. Was haben wir hier drin gehabt? Ah, genau. Jetzt sind wir am Anfang, ne? Aber auch noch nicht drin, ne? Ja. 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 Hier war doch nur der Altar, oder? Ja, genau. Der stand hier eigentlich. Mal warten mal kurz, bis die Kerze untergebrannt ist, Leute. Und dann suchen wir weiter. Ja. 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 Oh, Kollerläuter auf damit, ey. Und dann kann man das hier- Ja, natürlich. das richtige raum vielleicht ich hoffe es ist endlich nicht auf gehabt wird der raum mit den zwei fenstern sein ja cool das gewitter haben wir hier irgendein komisches spielchen hier das sieht nach schieben aus oder schiebe ich das jetzt auswählen bewegen ok das genau für mich ich denke mal die goldene müssen nach oben oder nein aber es ist falsch hoch ich krieg die anderen wollen jetzt noch das ist falsch rum ich würde den golden daneben machen der muss hier bleiben jetzt bin ich weiter schieben so jetzt krieg ich den aber nicht darüber ich denke jetzt darüber den habe ich hier den richter gut habe ich den zumindest hier nix so leute hat jetzt ungefähr zehn minuten dauert ich habe es geschafft fragt mich nicht wie heute fragt mich viel vielleicht wenn ich andere Teilen finde ich kann wissen was das bedeutet wir haben eine starkere Energie im Zentrum des Salzgeräts ihr müsst gehen und recherchieren was es ist bemerkbar okay wir suchen jetzt also die fehlenden Puzzleteile äh für dieses Bild und ich vermute mal die sind da wo diese Hexe rumläuft ist halt hier lang gewesen schon wieder schon wieder so ein kopfloser oh shit ich komme mal um die Kerzen auszupusten ne war das hier war das hier oder woher mir gerade aus ne hier war nix jetzt alles gleich aber trotzdem verlaufe ich mich hier hier geilt ist unsere Kerze doch nicht da wieder mitten drin stehen bleiben und neue Kerze anstecken ne war das hier gerade Das kann nicht passieren. Kann ich jetzt in einen anderen Bereich rennen, oder was? Okay, das könnte ich. Warum kann ich in einen Bereich nicht mehr rein? Quatsch. Ich hoffe nicht, dass er jetzt auch wieder zugeht. Dann haben wir schlechte Karten hier, ne? Ja, komm. Kommt die zurück? Ne. Nur Spuren hier. Alter, die kommt, ey. Sind umgedreht, glaube ich. Versuche ich dann vier Stück. So, alle hier drin sein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, warum kommt die jetzt zurück? Geht doch mal woanders hin. Ey, jetzt ist die nur hier unterwegs, oder wie? Eins hab ich. Eins ist aber nicht viel, ey. Drei Wochen noch. Ich muss also immer in diesem Scheißkreis hier rumlaufen. Wahrscheinlich ein oder zweimal sterben, Leute. Eins von vier. Keiner, was jemand anderes sagen soll, die Leute, diese Schritte hier. Da ist noch eins. Eins fehlt noch. Eins fehlt nur, Leute. Nur Salz. Hier ist die Waffe. Was war das denn? Da war ich mir erschrocken, ey. Wild rumflogen. Okay, eins suchen wir noch, ey. Weil ich mich jetzt wieder Ok, ist vorbei gelaufen, hier, liegt das vielleicht hier? Hier ist das nicht. Drei nach eins. Kommt zu uns. Oh shit. Shit, 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 okay, wir sind tot, Leute. Wenn wir Glück haben, haben wir die Drei-Karten-Teile noch. Jo, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber Kerzen haben wir nicht mehr, oder? Nö. Oh Gott, this can't be happening. Mein Karten-Teil sind wir noch. Okay, da war sie wieder. Shit. Letzte Teil, ey, verdammt. Oh, sie leidet jetzt wieder zu, verstehe ich ja nicht. Eins fehlt noch. Oh. 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 Ah, da riecht das doch, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da riecht das, glaube ich, oder? Ne, ist ein Buch, shit. Ja, da riecht das auch schon, ne? Was ist denn die Kacke, ey? Die ist rechts, die ist links rum. Das geht mir schwierig auf den Sack, man ist hier halt nur am Suchen, ne? Eins fehlt. Eins fehlt, wir gehen jetzt mal nochmal rein, rechts rum. Das wäre alles aufgekommen, schon, ne? Rechts sind zweimal welche, da haben wir schon aufgehoben, glaube ich. Mitte vielleicht? Eventuell der Mitte. Ich hab doch alles hier aufgehoben, verdammt. Links rum, oder was, ey? Ich hab keine Ahnung, wir müssen jetzt gucken, Leute. Geht die wieder links rum. Ja, wir müssen auch links rum. Ein bisschen Salz zum Schmeißen habe ich ja noch. geht's mitmacht. Was sind das hier? Nee. Ihr habt doch alles aufgehoben. Ist denn das für eine Kacke? Fuck. Ein Stück von der Gemere fehlt uns noch. So, wir suchen noch eins. Noch Salz, ey. Ja, nicht. Ja, haben wir noch. Perfekt. Nice. Ein Eimer. Ich kann nicht schmeißen, brauche ich auch nicht rennen können. Wenn wir von hinten her, bin ich hier betont. Gut. Guck mal, da ist der Letzte. Perfekt. Wo war das Gemälde? Nochmal hier nicht, ne? Links unten war der Erste, ne? Shit. Salz ins Gemültz. Ach, freust du dich, ne? Papier ist richtig. Hoffe ich zumindest. Blick ja nicht mehr durch. Alles sieht gleich aus. Ich bin voll. Ich bin voll. Sind wir hier richtig oder nicht? Äh. Sehen wir hier dran, ne? Jo, müssen richtig sein. Perfekt. Perfekt, Leute. Das ist nix. Das ist nix. Genau, hier müssen wir hin. Alles hier dran packen, ne? Hm. Es scheint ein Symbol mit einem Schlüssel drin zu sein. Aber es sieht... Es sieht echt aus. Oh, was ist das? Oh mein Gott! Du Scheiß. Aufmerksam. Was zur Hölle war das? Ja, richtig. Sie sah wie eine Frau in der Fülle. Und ich habe mich nicht mehr ausgelassen. Es ist nicht wirklich. Ein Buch. Henrietta, Kate Wartes Tagebuch, Anna. Die Hochzeit klopfte an meine Tür. Wieder. Hector war ein Mann ohne Familie und war eifrig, darin unsere zu gründen. Dies waren nie meine Pläne und würden Probleme für mein Ziel bedeuten. Also nahm ich mich der Sache an. Eine Frau mit meinem Wissen kann nicht einfach schwanger werden. Nach diversen nicht erfolgreichen Versuchen wurde die Verbindung kälter. In diesem Moment wurde Anna zur wichtigsten Person in meinem Leben. Ich glaube nie, dass ich auf meinem Weg Liebe finden würde. Was ich fühle, war stärker als jeder Zauberspruch in dieser Welt. Wir wurden liebende und teilten uns jeden Tag das Okkulte in jeder Hinsicht. Hector setzte seine Geschäftsreisen und schlechten Freundschaften fort, während ich meinen Weg fortsetzte. Aber jedes Mal, wenn er zurückkam, wurde unsere Verbindung rauer, kälter und noch gewalttätiger. Da wusste ich, dass ich etwas unternehmen musste. Eine große Energie ist aufgelöst und alles indiziert, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Beide auf, diese wehliche Entität ist noch aktiv. Unsere Wissenschaftler beraten, dass dieses Symbol in der Bildung ein Oroboros ist. Es ist auch in der Tür gefunden. Suche es. Oh, perfekt. Als ob alles nicht genug war. Ich muss den Salz mitnehmen. Leute, lasst uns warten, bis die Kerze darunter gebrannt ist. Oh, wollte ich nicht zumachen. Deine Kerzen lässt sich nicht mehr nützlich. Wir brauchen uns also nicht mehr, oder wie? Trotzdem gerne eine Kerze mitnehmen. Das ist mir jetzt hier zu dunkel. Wir warten kurz. Ist jetzt gleich kaputt, die Kerze? Oder leer? Oder alle? Oder abgebrannt, wie man es nennt? Die nächste. Dann nehmen wir die mit. Und dann geht es weiter. Da müssen wir, glaube ich, hinnehmen. Ich glaube, dahin, wo die Waffe ist. Ich bin schon drin gewesen. Ich bin schon drin gewesen. Kenne ich gar nicht den Raum hier. Schon drin hier? Nee, eigentlich waren wir da nicht. Salz haben wir hier. Noch Waffe wir gebrauchen können. Ich muss hier eine Maske drin sein, oder? Die Maske hier, der Schrumpfkopf. Ich glaube nicht. Da, oder? Ja. Gut. Maske 3 von 4. Ich bin da hinten, der wird hergekommen, oder? Genau. Okay, 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 okay. Okay, okay. Was ist das? Scheiße, woher muss ich? Ist die überhaupt hinter mir her? Ich weiß nicht, weil sie laufen. Scheiße, 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 scheiße. Was soll ich machen jetzt? Tür zu, oder was? Okay, das war richtig. Und jetzt? Ich muss einfach Dinge in der Mitte halten, oder was? Passt das? Wenn ich es bewege, passt das super. Okay, und die haben wir weggemacht, ne? Was sind unsere Ziele eigentlich? Was war das für eine Frau? Findet die Tür mit dem... Achso, wir müssen... Die Tür mit dem Oroboros. Wer ist das Ding? Oroboros finden. Was war das? Fuck. Eine Menge Jumpscares, Leute. Wir müssen immer dran denken, das Licht bringt uns nicht weiter, Leute. Die Bucke haben Bock mehr drauf, ne? Wo kamen die jetzt hier? Der kommt ja, ne? Genau, jetzt sind wir richtig... Ich weiß gar nicht, wo das war, ey. Da, wo die Waffe war? Oder wo war das? Oder wo war das? Oh shit. Boah, ich dachte, die kommt von links. Dann wäre sie schneller gewesen. Okay. Mal gucken, ob wir hier richtig sind, Leute. Ich hab keinen Plan. Oroboros. Es gibt nur die links, die jetzt von hier aus. Die hier. Und es gibt noch die jetzt gegenüber von uns. Da war es nicht. Dann muss es hier gewesen sein. Okay. Kerzen haben auch wieder genug. Dann war es hier, ne? Ja, genau, das ist es. Doch nicht. Nee, ist nicht die richtige. Shit. War die andere. Oh, Leute. Doch die andere. Brauche ich Kerzen gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich nein. Brauchen die tatsächlich nicht mehr. Also mit der Waffe, die Seite ist es nicht. Also die andere Seite. Wir müssen rüber. Aber komplett rüber. rüber. Ja. Moritieren. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Oh Gott. Der Öl kloppte kommt. Hier müssen wir es aber richtig sein. Ach so schön ist das denn, ey. Wir dürfen eigentlich kein Licht mehr verwenden, ne? Glaube ich. Die guckt ja immer hier hin. Guck mal die Kerze aus. Gut. Bleib bei uns nicht weiter, Leute. Sie guckt ja auch zu uns, ne? So ein bisschen entspannt bleiben. Jetzt. Guck mal nicht zu uns. Guck dir hin. Ah, guck mal man sieht sogar die... Die jetzt dicht fällt. gut sie zu uns okay ach jetzt war das sichtfeld raus aber hier bräuchte nix oder oder war der mist hier die tür war nicht hier fix schleude aber ich glaube die war nicht hier hier war nichts müssen weiter super nach links gleich krank wie die aussieht ich hoffe ich muss nicht noch mal gehen die kämpfen spiel so unberechtigt weil du weißt teilweise nicht was du machen musst du ja kerzen sind ja auch was der raum mit uruborulus falsche richtung hier gewesen sein ja das richtig da läuft rufendecke leute scheiße wo sind wir jetzt untersuche den ort blutet durch die decke blutet durch die decke kein licht nix hier aber licht der kopf brief seit cat ward hier ist passiert seltsame dinge im herrenhaus diese gottverdammte krähen gehen wir nicht mit geben wir keine pause ich jage sie töte sie und sie kommen immer wieder ich weiß nicht wie bei den 46 jahren in dieser stadt habe ich zuvor nie eine gesehen wenn ich sie töte bemerke ich wie die dame mich im hass ansieht sie mich mit hass ansieht je weiter die zeit voran streitet verhält sie sich seltsamer nachts kann ich nicht schlafen wenn das so weitergeht wenn das weitergeht werde ich diesen job aufgeben die und die 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 Künstler! Es scheint ein Schild zu sein, mit den vier Elementen zu berichten. Ich mag das überhaupt nicht. Jekos Brief. Wenn du diesen Brief liest, verbrennt die Hexe. Erster Versuch zu fliehen. Aber die hat mich geschnappt. Plötzlich bin ich eingesperrt, schwer verwundet und ich weiß, es gibt keinen Ausweg. Etwas hat sich geändert. Ich kann es in ihrem Gesicht sehen. Es war ein Lächeln der Rache. Das Einzige, dem ich mir sicher bin, ist, dass sie das pure Böse ist. Schon creepy aus, der Typ, ne? Muss ich jetzt hier machen? Ein Rätsel. Okay. Das vierte Element. Das Biest ohne Maul, das alles verschlingt. Die Menschheit beneidet Kontrolle, aber fürchtet sie vor Unkontrolliertheit. Ohne Beine bewegt sie sich auf der armen Erde und verschört alles in ihrem Weg. Feuer, oder? Feuer. Dreieck nach oben, würde ich jetzt sagen. Feuer. Was passiert jetzt hier? Ich hoffe, es ist der richtige. Ich hoffe, ich auch. Nice. Richtig. Ein altes Parchment mit einem strahlenden Symbol. Das ist bei ihm in einem Blut. Das scheint, wie es ist Papier. Ich hole mir wieder das Symbol ab, Leute. Keiner wird es mehr brauchen. Nein! Wo ist es? Wo ist es? Was ist das, Leute? Und kommen aus dem Raum. Oh ja. Scheiße! Ich muss hier rauskommen. Was ist das? Was ist das? Darf ich mich bewegen? Tod. Ok, wir müssen wahrscheinlich weitergehen dann, ne? Oder wie? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Okay, die Leute dürfen nicht stehen bleiben oder was? Du musst nicht wegkommen. Kann ich jetzt gehen oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich komm ja nie vorbei, oder? Da auch nicht. Ah, shit, das wird nicht vorbei. Wie soll ich an dem vorbeikommen? Dann ist easy. Nur aufpassen, wenn ich zu nahe komme. Cool, so. Kann sich anscheinend nicht bewegen, der Vogel. Der kommt aber nicht vorbei. Wie soll das gehen? Da komm ich nicht dran vorbei. Ich kann anscheinend nur gehen, wenn's dunkel ist, oder? Du musst dir gehen, wenn der umswitcht. Bitte, pass auf. Scheiß Kräben, Mensch, du. Wo kam die jetzt her? Hier steht ja da in der Ecke, oder was? Was für ein Sackgesicht, ey. Okay, nochmal. Das Ganze, Leute. Nochmal. Nerv einfach. Ups. Die Knochenmensch, du. Oh, geht doch, ey. Oder nicht bohren wir anscheinend nicht mehr, ne? Gott sei Dank. Sorry für das. Wir haben die Kommunikation adjustiert und haben dich für ein paar Jahre verloren. Unsere Wissenschaftler sagen mir, dass sie eine starke Beleitung in einem Raum gefunden haben, das rote Kandeln und Blut hat. Find es. Untersuche den Raum mit den Kerzen und dem Blut. Aha, Leute. Ich würde sagen, für die Folge war es das heute wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Yo. Wiepfl 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 Vielen Dank.